Musik Jula, das Sommerzaltlager gibt es bei uns gleich zweimal. Einmal für Jungs und einmal für Mädchen. Unsere Zelte sind mit einem wasserdichten Bodenreis gestattet. Zum Schlafen bringst du deinen Schlafsack und Luma oder Isomatte mit. Bei der Anmeldung kannst du einen Wunsch angeben, mit wem du im Zelt sein möchtest. Wir glauben an den Herrn, der Gott. 10 Tage Action Bei einigen Spielen sind wir auch im Wald unterwegs. Gemeinsam wirst du mit deiner Gruppe verschiedene Aufgaben lösen und dabei viel erleben. Musik Neues wagen. Auf dem Jula warten auch Herausforderungen auf dich. Manchmal musst du deinen ganzen Mut zusammennehmen. Die anderen werden erstaunt sein und es dann auch selbst ausprobieren. Musik Die Mitarbeiter haben packende Geschichten aus der Bibel im Gepäck. Spannende Theaterstücke geben euch einen guten Einblick in biblische Geschichten. Und gemeinsam werdet ihr die Bibel entdecken. Musik Lagerfeuer Abends sitzen wir dann am Lagerfeuer. Zusammen singen wir coole Lieder. Freut euch auf unsere mitreisende Geschichtenerzähler. Musik Neue Freunde finden 10 Tage lang mit über 100 Jungs bzw. Mädchen unterwegs zu sein. Das ist das Jula. Sicher wirst du viele neue Freunde finden. Musik Wir vom Evangelischen Jugendwerk bezüglich Bad Urach laden dich herzlich dazu ein. Anmelden kannst du dich gleich im Internet unter www.ejw-urach.de Das alles ist Juli, Urlaub im Zelt. Wir glauben an den Herrn, der Gott, 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 Gott.